Heute beschäftigen wir uns mit der bedingten Formatierung in Excel. Wir geben einfach in der Zeile A1 eine 5 ein und wollen, wenn der Wert höher ist als 5, einen blauen, roten, gelben Hintergrund, wie auch immer. Wir markieren diese Zelle, weil sonst weiß der Computer ja wieder nicht, was er nehmen soll, und klicken auf Bedingte Formatierung. Füllung, Regeln zum Hervorheben von Zellen, hier haben wir größer als. Bereits eingetragen durch vorherige Versuche, wenn der Wert größer ist als 5, dann soll eine hellrote Füllung hier erscheinen. Ich ändere das mal auf grüne Füllung, bestätige mit OK. Da die Zahl 5 ja nicht größer ist als 5, sondern gleich 5, passiert hier auch erst einmal nichts. Erst dann, wenn wir den Wert zum Beispiel auf 12 erhöhen, dann kommt ein farblicher Hintergrund, den wir gewählt haben. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse. Weiterhin viel Spaß mit Excel. Ihr Rico Ribban Dann kommt ein bisschen mehr auf den Wert zum Hervorheben. Dann kommt ein bisschen mehr auf den Wert zum Hervorheben.